Wer bist du? Ich bin Charles Robert, komme aus Torbkirchen in der Füls, aus dem schönen Bayern, in der Nähe von München. Seit wann fährst du am Erzberg? Mein erstes Mal im Erzberg war 2013 und zugleich auch das schlimmste Mal im Erzberg, da wo der brutale Schneefall war und die Wasserfälle und was sie es gehabt hat. Ja, das war gleich ein einschneidendes Erlebnis. Was war dein bestes Rennergebnis? Soweit ich mich erinnern kann, war mein bestes Rennergebnis der 54. Platz und am Prolog der 28. Platz. Und das möchte ich natürlich heute haben. Welches verrücktestes Erlebnis hast du gehabt am Berg? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Event ist ziemlich verrückt. Es ist einfach Ausnahmezustand, das ganze Wochenende oder die ganze Woche, was man da ist. Man trifft so viele verrückte Leute und man sieht so viele verrückte Aktionen, die abgeliefert werden. Es ist einfach allem, also im Ganzen und allem, das ist eigentlich ein total verrücktes Event. Was ist dein Ziel für heuer? Auf alle Fälle, wie ich vorher schon erwähnt habe, meinen 54. Platz zu toppen, also mindestens unter die Top 50 waren. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann wäre natürlich ein Ziel und kommt schon mal ein Highlight. Sehr gut. Bist du ein Party-Tiger oder ein Rennstreber? Also gehst du vorher fort? Ja, früher mehr. Aber mittlerweile versuche ich mich mehr aufs Rennfahren zu konzentrieren, weil natürlich auch viel Energie und natürlich auch viel Kasten in das Ganze reinfließen. Und ja, von dem her mehr Party, mehr Rennstreber. Das heißt, am Sonntag dann nach dem Rennen geht's? Vielleicht geht es am Samstag aus, wenn ich am Freitag einen guten Prologlauf habe. Aber wahrscheinlich eher weniger. Okay, schönen Dank.